Herzlich willkommen! Du bist interessiert an Wirtschaft und möchtest die Matura? Wir zeigen dir hier eine spannende Möglichkeit, wie du dieses Ziel erreichst. Eine Möglichkeit, dein Ziel zur Matura zu erreichen, bietet dir die Hack4U Reloaded. Tauche mit uns ein in eine völlig neue Bildungssphäre. Wir haben für dich Unterrichtskonzepte entwickelt, die dich fit machen für Beruf, Studium oder aber auch für dein eigenes Unternehmen. Ab dem ersten Jahrgang wählst du in der Hack4U Reloaded deinen Klassenfokus. Mit dem Klassenfokus kannst du deine Interessen in der Schule ausleben oder aber auch erst entdecken. Du kannst hier zwischen drei unterschiedlichen Varianten wählen. Nähere Informationen zum Klassenfokus findest du auf unserer Homepage. Ebenso ab dem ersten Jahrgang wählst du eine aus vier zweiten lebenden Fremdsprachen aus. Ab dem dritten Jahrgang wählst du dann eine für dich passende Spezialisierung. Du kannst hier zwischen fünf spannenden Ausbildungsschwerpunkten wählen. Tauche mit uns ein in das Abenteuer Wirtschaft. Für mehr Informationen zu Hack4U Reloaded oder zu Hack Dickbiz, schau auf unsere Homepage oder kontaktiere uns gerne persönlich. Wir freuen uns auf deine Anmeldung!